Star Wars Jedi Fallen Order Ja, wir sind noch auf Ilium Wir haben unser neues Cyan-farbenes Lichtschwert Und jetzt müssen wir nur noch hier wegkommen Und da schauen wir noch direkt mal, wo wir lang müssen Und das sieht doch schon mal gut aus Durch diese grüne Tür wird er kommen, denke ich mal Ja, ja, guck mal, da gibt es noch viele Sachen, wo wir hin könnten Da gibt es schon noch einiges zu holen, oder? Aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter Ich glaube, hier war es, ne? Äh, hier nicht Halt an, falsche Richtung Falsche Richtung, Kerl Da musst du lang Dahinten gibt es nichts mehr, ne? Ach doch, guck mal, da war noch Ach, da ist noch was Ah, schon mal direkt was gefunden Was haben wir hier? Echo Bedenke, Padawan Du wählst deinen Kristall nicht Er wählt dich Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Was man verpassen könnte? Sieht nicht so aus, ne? Okay Okay, also dann geht es hier weiter, denke ich mal Was haben wir hier? Ah ja, soll ich mal meditieren? Ah ja, ich habe noch ein Fähigkeitenpunkt, ne? Da war noch was, was ich noch ausprobieren wollte Und zwar Na gut, Lichtschwert wohlfällig natürlich auch gerne, ne? Das ist natürlich auch cool Oder? Ja, ne Ich warte immer noch ein bisschen mit dem Punkt Ich warte immer noch ein bisschen So Okay, hier geht es weiter Oh Ja, klasse Was machen die denn hier? Okay, dann probieren wir das direkt mal aus Aufpassen! Wir müssen dranbleiben! So, nicht Dranbleiben! Kratz ihn schnell an! Du kannst uns nicht besägen Er ist verwundet Er ist zu gut Jede getroffen Tagen wir den Kampf zum Feind Rückseitlich vor! Das habe ich verbaut Hey, hey, hey Lass mich doch mal da raus Lass mich doch mal da raus, Mann Ich werde auch alleine mit ihm fertig Ich brauche ein Stim, Biddy Ah, noch zwei Schön Ich habe das Ziel verfehlt Das haut schon rein, ne? Hatter Schwede, ey Wie viel kommen denn noch? Sag mal Wir können ihn immer noch kriegen Wir werden dich ausschalten Kann ich an ihm dranbleiben? Nicht nachlassen! Bleib zurück Ich schaffe das Alle verbündeten Einheiten am Boden Was ist denn noch mehr? Feind, Feind da unten Gehen wir es an Oh, aber was? Ihr Leute, verarscht mich doch nicht Leute, verarscht mich doch nicht hier Ich treffe ihn nicht Ich habe verfehlt Wir werden problemlos gewinnen Macht ihn fertig Vorrücken Er muss einen Fehler machen Wo ist er hin? Er ist verwundet, ja? So, zack Also Können es noch ein paar mehr sein? Die Ticken sind ja ganz sauber, hey Alter, schalda So, jetzt mal gucken Wo geht es denn jetzt hier lang? Und da sind wir gekommen Also, ich denke mal hier oben, ne? Die ist nicht mehr lange verschlossen Oh, ey Seht ihr, was ich aussehe? Ja, klasse Also, wenn ich mir jetzt sage Da kommen 5 Millionen für den Robotern an, ja? Okay, viermal eine Gitarre Treten Sie näher und identifizieren Sie sich Berechne Flugbar neu Niederwerfen initialisiert Feind gesichtet Systeme fallen aus Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering Sehr gering Ziel getroffen Fuck Ein Ringling umgeht Angriff Höhe Unproduktiver Humanoid Verschöntere Gegner Oh ja, jetzt Komm Schaden erlitten Wertlos Gegner heilt Trauma Ich beende Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen Unbedeutend Junge Aber das mit diesem Doppelkling Also das Doppelschwert Das ist schon geil Was, 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 was Was hast du denn? Was hast du denn? Was ist denn da? Lass mal sehen Ja Man kann die Kristalle kaum ansehen Nach dem, was wir durchgemacht haben Na toll Ja Die bauen die ganzen Kristalle ja wahrscheinlich ab Kein Problem für dich, oder? Hier, wir müssen hier weg Sie nehmen Illum ein Alles in Ordnung? Nein Es wurde entdeckt Und das ist nicht alles Sie bauen Kalberkristalle ab Käpt'n Bereit machen zum Start Okay, mal kurz meditieren Da können wir uns auch ausruhen Das ist eh alles voller Gegner Junge, Junge Geht's da lang? Geht's da lang? Aha Ich denke mal Das ist wahrscheinlich Vorne Abkürzung, oder? Ich würde mal gerne Gucken, wo es hier lang ist Aha Guck einer an Ist da? Ist da gefunden? Sehr schön Du erstaunst mich immer wieder, Kumpel Neues Lichtschirmaterial Duraplast Okay Was haben wir hier schönes? Oh Der Jedi Stötige Los, vorhüsten So Wow Lass mal sehen Und weiter Position des Gegners ausgemacht Oh Hallo, ihr Feind auswendig gemacht Ja, jetzt muss das doch gut sein Integrität gefährdet Ach, wir sind wieder da, wo wir vorher waren Scheiße Okay Deswegen sind auch die ganzen Viecher wieder da Zerschmackere Gegner Den ganzen Roboter Ja, ja, ist er gut Ja, ist er gut Ja Ja Ah, Mann Sie wehren sich immer noch Unglug So Kann ich ins Film kriegen, Kumpel? Toll Gerade einmal im Kreis gelaufen Ja, super Na gut, okay Oh Neues Ziel Da Oh Gott Den ganzen Weg zurück Okay, okay, okay Alles klar Also hier irgendwo Links Achtung Erledigt ihn Konzentriert euch auf seine Abwehr Lauf da Ich treffe ihn nicht Wir Wir schaffen das Ich will doch nicht schwimmen gehen, Mann Na, toll Das schießt er auf mich Macht ihn fertig Macht ihn endlich Kein Rückzug Bleibt an ihm dran Ha Los, holt ihn euch Ja Ja Wir müssen ihn kriegen Jemand anderes soll ihn angreifen Ich komme nie durch seine Verstärkung Um dich zu erledigen Du kannst nicht ewig weglaufen Halt still So Jetzt Okay Also ich merke einfach Ich werde einfach viel zu schnell nervös Wenn mehrere Kinder kommen Echt Aber gut Okay Ich glaube da sind wir hergekommen Wir müssen da hier Hinten lang So wie das aussieht Ja Woher die kommen dann lang Indem wir Wahrscheinlich hier rüber müssen Also hier Oh Wie kommt denn da Okay Oh Oh Was Okay Wir schaffen das Ja 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 Hey Was Wer ist denn Mach du meine Güte Ich darf nicht mehr kämpfen Er wird zu gut ab Keine Macht mehr Mist Verdammt So Du bist auf allen imperialen Kanälen Ja schön Wir sehen alles was wir haben Hier in Greece seid sicher Wir sind versteckt aber der Sturm zieht ab Bald ist unsere Deckung weg Kann man das Signal der Mantis tarnen Ah das klappt nur wenn sie es nicht erwarten Ich habe eine andere Idee Wir sind aufständisch an einen schweren Truppentreporter gekommen Rundbericht war es ein Jedi Ein Jedi? Da ist er Direkt da Oh Zoll Verstanden Ey 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 Was noch mehr? Seht wie der Jedi flutet Ah man ich hänge den Wand fest Verdammt Ah Das war knapp Ich meine wir müssen ja nicht killen oder? Ja schon Jesus ey Ja ja ist okay Ich lasse euch gerade da stehen Ist mir jetzt gerade egal Aber ist keine Lust Ja ich muss mal tauchen hier Ja ich werde nicht Sonst tauchen sollst du Sooo Eieiei Was piepst du eigentlich immer da? Irgendwas hast du doch Aha Wo ist dies doch? Okay Also haben wir das auch erledigt Hier mit dieser Hektik Ihre Verschlüsselung ist gehackt Ich störe Ihre Nachrichten Aber das geht nicht lange gut Vielleicht gewinnen wir so Zeit Danke Hier sind überall Sturmtruppen Elum war unser Planet Kerl Das dürfen sie nicht vergessen Okay Müssen wir uns wohl mal ausruhen Okay Auf geht's Was? Ja ganz toll Wer kommt da? Ah Feuer frei Systeme fallen aus Ich war schossen Er schießt ihn Ich kann nicht an ihm dranbleiben Immer drauf weiter feuern Nein du doch nicht Ich wollte ich doch gar nicht Ich wollte eigentlich so eine Drohne haben Ja Nein 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 Ich doch Holt euch Holt euch den Jedi So jetzt ist gut Jetzt ist gut Macht ihn fertig Ach komm ich bin noch ausgewischen Komm man stompst doch selber nicht Vorsicht Er ist zu schnell für uns Ich bin an ihm dran Hilfst du mir mal PD Schlag nach oben Trivialer Gegner So Jetzt ist aber gut hier Ja dann kommt halt Das Ziel ist gut ausgewählt Jetzt bin wohl nur noch ich übrig Hör mit der Tanzerei auf Hä 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 Sir Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen Jeder Sternenzerstörer im Sektor kommt hierher Oh shit Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Halt mal, halt mal, halt mal, halt mal. Da oben war doch noch eine Kiste. Also die würde ich, wenn ihr mir erlaubt, noch gerne holen. Wir haben ja jetzt ein Lichtschwert. Jetzt kommen wir ja da hoch. Oder da durch, oben da. Vielmehr, ne? Durch diese Stadakmiten. Was auch immer. Das ist doch ein ganz schöner Weg, ne? Ganz schön lang. So, das ist wohl auch hier, ne? Genau. Hey, sieh mal da rein. Ja, sehen wir es uns an. Neues Poncho mit dran. Companero. Aha. Ah ja, okay, gut. So, dann wieder runter. Jetzt muss ich auch fallen lassen können. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, wir sind immer tot, wenn wir unten ankommen. Ja. Ähm, das geht aber. Ein kleines Stückchen geht. Dann geht das hier auch, oder? Ja, war schon knapp. War schon knapp. So, jetzt kommt. Auf geht's. Boah, mal zurück zum Schiff, ne? Oh, shit. Shit. Mit dem Helium im Schiff auf. Scheiße. Hast du denn noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr so lange nicht stehen bleibst, kann mir das egal sein. Ah! Ja, Mann. Was? Das läuft jetzt weg, oder was? Hihihihi. Verdammt. Mist. Hilf mir bitte! So. Ach, was willst du denn? Da krabbelt einer raus. Dann komm. Wo bist du? Brauchst dich gar nicht zu verstecken. Toll, jetzt noch einer. Na ja, ganz toll. Ich brauche einen Stim, Biddy. Nein, das war falsch. Hihihihihi. Hihihihi. Na, hart. Hm. Oh. Krabbelt einer raus. Tatsächlich. So, darf ich jetzt zum Schiff zurück? Ist das möglich, ja? Ah, Gott. Also, komm, lauf. Ah, dieses Zwirnfarbe, finde ich cool. Ist ein bisschen so weiß-bläulich. Das gefällt mir. Also, Licht schwert man nicht, ne? Ist klar, oder? Jo. Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint. Ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Mhm. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Okay. Hast du noch was zu sagen? Nö. Okay. Frenzin haben wir keine mehr gefunden, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Ja, wo geht es denn jetzt hin? Lass uns mal schauen, ne? Mal schauen, wo es hingeht. Hey, das war Tschüss auf Schwede. Wo im Kleider? Hm. Hauptziel. Ähm. Ach so. Nach wieder nach Datumir. Ach du Scheiße. Warum denn schon wieder? Kehren nach Datumir zurück und Berge in Astrium aus dem Grab von Kujet. Ja, da waren wir da eben schon. Da sind wir noch gar nicht reingekommen. Müssen wir schon wieder da hin? Oh Mann. Naja, gut, okay. Also gut, fliegen wir halt nochmal nach Datumir. Ich muss mich eben stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Thriller? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Naja, öfter mal was Neues. Naja, okay. Dann müssen wir uns wahrscheinlich jetzt diesem, äh, wie hieß der? Ja, diesem anderen Jedi da halt wahrscheinlich stellen, ne? Vermute ich mal. Okay, und... Wir verlassen gleich den Hyperraum. Selbst dich! Gehe ich mir davon aus, dass der halt auch dieses Astrium hat, was wir ja so dringend brauchen. Na mal. Alles wird gut, alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote, Riesenspinnen, Killerpflanzen? Alles davon, genau. Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brot? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. String dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also was willst du, Cal? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, benutzigt. Ja, ich verstehe ihn. Ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn verstehen. Okay, also gut. Dann folgt jetzt wohl eine weitere Runde Datumia. Jawohl. Aber erst in der nächsten Folge. So, wir machen hier mal Schluss. Und ja, gucken mal, was uns erwartet. Wir werden uns wohl wieder durch Horten von Zombies und Untoten und irgendwelchen Viechern kämpfen müssen. Also, dann sage ich mal ciao, ciao und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Aiden Hobbs. Bis zum nächsten Mal.